Musik Ja, ich bin heute hier dabei gewesen bei der Einschulung der Erstklässler an der Schule am Erlenbach in Frankfurt. Und das war ein tolles Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler, natürlich auch für die Lehrer, aber auch für die Eltern. Und für mich ist es immer wieder wirklich schön zu sehen, mit wie viel Freude und mit wie viel Neugier die Jungen und Mädchen hier in die Schule kommen. Was ich hier erlebt habe, ist eben, dass sie sofort integriert wurden in den Schulalltag. Also das ist ein schöner Termin und für die Kinder ist es natürlich auch ein ganz neuer Lebensabschnitt. Das ist der Grund, warum das Kabinett in Hessen die Einschulungstermine besucht, weil es eben ein besonderer Tag ist und den wollen wir auch besonders wertschätzen und würdigen für die Kinder und für die Eltern. Musik